Musik Willi Astor The Sound of Islands Willi Astors Seitenprojekt The Sound of Islands präsentiert nach sechs Jahren Pause das von vielen erwartete sechste Album und eröffnet damit ein weiteres Kapitel von Astors zweiter großer Begabung, dem Gitarrenspiel. Chippendales Let's Misbehave Tour 2019 Mit dem Motto Let's Misbehave feiern die Chippendales 2019 ihr 40-jähriges Jubiläum. Als spektakuläres i-Tüpfelchen wird Deutschlands begehrtester Junggeselle Paul Jahnke mit auf Tour gehen. Ich freue mich auf euch. Musik Max Mutzke und die SWR Big Band Soul viel mehr. Vor 15 Jahren verzauberte er innerhalb kürzester Zeit ganz Deutschland mit seiner Soul-Stimme. Viele Jahre später verzaubert Max Mutzkes Stimme immer noch und jetzt kommt er live mit der SWR Big Band nach Gersthofen. Musik Konstantin Becker Trio Poesie und Musik mit Cello und Klavier. Die drei Musiker vereinen lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zart schmelzenden Klang des Cellos, das Konstantin Beckers Liedern seit jeher ihre ganz persönliche Note gab. Musik Karten gibt es im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Musik 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 Musik